Jo, was geht ab, meine Freunde? Hier ist Barros. Ich bin gerade bei der 1081, ich habe aber mein Kumpel rauch eine traurige Minze. Und zwar hatte ich ja gestern meine Videopremiere gehabt, Zeit für Chaos. Ich danke jedem Einzelnen da draußen, der mich supportet, der das Video geteilt hat. Und als Dankeschön würde ich euch das zurückgeben. Barros Sasa, Junge! Sasa! Zeigt mir Chaos, oder was? Mixtape kommt bald! Mein Mixtape kommt! Ich danke jedem Einzelnen Supporter da draußen, das Video ist für euch, okay? Auf einmal fragen die Leute, wer ist das? Dieser Pusser stellt mich gegen euch wie Leonidas. Trainingsanzukadidas, Nightfly, Stepper an, in der Zukunft Max Fly sieht, dass ich besser rappen kann. Schutzwest, es werden Tennis-Schüsse abgefeuert, Barriere-Peddle werden im 16-Jährigen abgefeuert. Zahlt mit 22 Steuern, doch ich war wettsüchtig. Ich bin eigentlich nicht, ich habe auch nur Rap-Image. Wer bin ich? Ich bin der Jungen-Coole aus dem Untergrund. Wer bin ich? Rap-Genie Digi, der aus der Wunderlampe kommt. Bei uns ist noch ein No-Name, macht auf der Decke Kone. Meine Albums und ich sagen, Tachi, ich habe an Rap meine Hände verbrannt. Wenn das Ende im Gelände kommt, überlasse ich den Sense-Mann. Komm, rede mal nach, komm, halt deine Fresse, willst du flaxen? Geldprobleme in den Spielotheken aufgewachsen, mach mir nicht auf Erwachsen. Zeit viel Chaos, dieses Jahr werden Rapper arbeitslos. Ach, sag bloß, du kommst von mir auf meinen Schoß. Ich setz mich durch den Madrid-Toni-Kurs. Was los? Ich bin wie Messi unterschätzt. Jeder fängt klein an, ich bin Reddy, der Kurde der Rap-Ber. Ich bin der Kurde der Rap-Ber. Ich bin der Kurde der Rap-Ber. Okay, wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin der junge Kurde aus dem Untergrund. BAM! Ich bin der Kurde der Rap-Ber.